Hi zusammen, Miho, Pavel, heute ist Freitag und es gibt ein neues Video. Wir haben euch was versprochen. Etwas Fettes. Etwas richtig Fettes. Ihr wisst, seit ein paar Tagen gibt es Nikfilter umsonst und deshalb haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt ein richtig cooles Video dazu, wie man Nikfilter verwendet. Ja, Nikfilter kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich gucke dich so skeptisch an. Wer es nicht kennt, wird es danach kennen. Ja, weil wir erklären das jetzt und ich glaube, Nikfilter haben angefangen mit 500 Euro irgendwann mal. Ich habe mit Nikfilter schon ziemlich früh experimentiert, das ist eine interessante Geschichte und wurde nach und nach entwickelt, dann wurde es irgendwann mal bei Google, also von Google eingekauft. Was meinst du, warum das passiert ist? Es wird erwartet, dass bestimmte Filter schon bei den Anwendungen dabei sind und auch bei Photoshop ist immer mehr dazugekommen. Also ich habe jetzt verglichen, also im Prinzip, wenn man Lightroom hat und Photoshop hat, man braucht Nikfilter nicht. Nicht, um wirklich die Effekte zu erzielen, es sei denn, man möchte sich vielleicht ein bisschen Zeit sparen. Presets, Filter gibt es zuhauf und Inspirationsquelle. Wenn man nicht weiß, was man mit dem Bild machen soll, kann man in ein paar Sekunden zehn Varianten anschauen und sagen, okay, in die Richtung möchte ich mein Bild entwickeln. Das ist auch eine Erleichterung und ich muss sagen, also ich habe auch schon ein paar Mal diese Sachen als Inspiration benutzt, um bestimmte Color Looks und bestimmte Erscheinungen zu bekommen und das hat gut funktioniert. Gut, da muss man natürlich auch selbst ein bisschen Feinjustierung machen, aber das ist ganz normal, dass es bei allen Filtern so, wenn man zum Beispiel Kaplun Filter Collection nimmt, dann ist das auch nicht hundertprozentig auf jedes Bild zugeschnitten. Man muss immer dazu was machen und bei Nik ist das genauso. Und das, was wir jetzt haben, Nikfilter, da arbeitet man mit Kreisen. Woran erinnert uns das? An Kamera RAW und an Lightroom. Da arbeitet man auch mit Kreisen und dann gibt es natürlich die Funktion, dass man bestimmte Bereiche auspinseln kann, die nicht gebraucht werden und man kann natürlich die Kantenerkennfunktion einschalten. Also im Prinzip ist Nikfilter schon überflüssig. Aber trotzdem, weil das jetzt umsonst ist und es ist wirklich ein starkes Tool, finde ich. Ja, ganz genau. Das ist auch wirklich schön und deshalb wollen wir uns das jetzt nicht nehmen lassen. Wir zeigen uns wirklich ein paar, euch natürlich nicht uns, wir kennen das schon alles. Wir zeigen euch jetzt ein paar Beispiele zu verschiedenen Themen, wie wir Nikfilter anwenden. Da werden wir verschiedene Module anwenden. Also da gibt es zum Beispiel Define, dann gibt es Color Effects, dann Silver Effects. Also da gibt es verschiedene Module für verschiedene Motive. Vor allem ist es ganz wichtig, dass wir wissen sollten, für welche Motive welche Module in Frage kommen. Wenn wir das nicht wissen, dann war alles sowieso umsonst. Aber wenn wir das wissen und wenn wir gekonnt diese Sachen anwenden, dann passt alles fantastisch. Und Nik schlägt das auch vor. Ja. Wobei grundsätzliche Empfehlungen, mal ab und zu ein bisschen die Regeln brechen. Manche Filter funktionieren zum Beispiel nicht nur bei Landschaften gut, sondern auch bei Portraits. Ja, man kann in der Spülmaschine auch Wäsche waschen. Zum Beispiel. Ja, das ist Spaß am Rande. Ja, aber es funktioniert alles und jetzt werden wir euch ein paar Beispiele zeigen. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an, was man alles mit der Nikfilter Collection so anstellen kann. Ein paar Beispiele werde ich anhand von Lightroom zeigen und ein Beispiel anhand von Photoshop. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man die Nikfilter Collection installiert, dann verbindet sich diese einmal mit Lightroom und oder auch Photoshop. Je nachdem, was man installiert hat. Die Navigation zu den Filtern ist jeweils ein kleines bisschen anders, aber sehr einfach gehalten. Das heißt, man muss sich um die Integration nicht kümmern. Die ist automatisch nach der Installation gegeben. Und je nachdem, welches Bild man bearbeiten möchte, bieten sich unterschiedliche Module an. Die Nikfilter Collection hat mehrere Module im Bauch. Von HDR bis hin zu Silver FX Pro für Schwarz-Weiß oder zum Beispiel Color FX Pro für Farbanpassungen. Man muss dazu sagen, dass Kamera Raw, Lightroom und auch Photoshop über die Jahre so viele Veränderungsmöglichkeiten im Bauch haben, dass einiges davon, was man mit der Nikfilter Collection machen kann, teilweise schon überholt ist. Aber das heißt nicht, dass diese Filter Collection schlecht ist. Im Gegenteil. Damals, als sie noch recht neu war, war das ein sehr mächtiges Werkzeug und ist es heute auch noch. Insbesondere deshalb, weil halt so viele Pre-Sales, so viele voreingestellte Filter mitkommen, die einem ganz viele Varianten für ein und dasselbe Motiv aufzeigen und man deswegen sehr schnell erkennen kann, wohin man sein Bild entwickeln möchte. Ich habe jetzt bei den Beispielen, die ich ausgesucht habe, so eine grundlegende, kleines bisschen Kamera Raw Entwicklung gemacht, aber nicht zu viel, um das, was die Nikfilter Collection anbietet, nicht vorwegzunehmen. Eine Bitte, wenn man die Filter anwendet, nicht einfach nur einen Filter in der vollen Stärke, weil dann sieht man sofort, wo das Bild quasi herkommt, sondern mehrere Filter in verschiedenen Intensitäten, sodass diese Mischung nach außen nicht wirklich so klar hervortritt. Und dann sehen die Bilder, um ehrlich zu sein, auch deutlich besser aus. Fangen wir jetzt mit dem ersten Bild an und das werde ich jetzt über Lightroom dann bearbeiten. Bei Lightroom kann ich bis jetzt auf den Korrekturpinsel nur globale Korrekturen anwenden. Das heißt, die wirken sich auf das ganze Bild aus. Ich habe zwar Radialfilter zum Beispiel, aber so richtige selektive Korrekturen, damit tut sich Lightroom schwer. Und in der Nikfilter Collection habe ich aber die Möglichkeit, ganz gezielt an gewissen Stellen Veränderungen vorzunehmen. Das werde ich gleich am ersten Beispiel zeigen und auch das erste Modul vorstellen. Was wir jetzt hier sehen, ist das alte Profilbild von Pavel aufgenommen, am Hoover Dam letztes Jahr zur Nachmittagsstunde. Und ich werde jetzt hier diese Nachmittagsstunde auch durch entsprechende Farben und durch eine Abdunklung an bestimmten Bereichen noch einmal deutlicher hervorheben. Wie rufen wir jetzt die Nikfilter Collection auf? Ganz einfach, wir wechseln zum Entwickeln-Modul und nehmen dann die rechte Maustaste und sagen Bearbeiten in. Und hier rechts sehe ich dann die einzelnen Module, die mir im Rahmen von Lightroom in Verbindung mit der Nikfilter Collection zur Verfügung stehen. Das erste Modul, was ich zeigen möchte, nennt sich Viveza. Und in Viveza kann ich über sogenannte Kontrollpunkte, und hier lege ich fest, dass ich eine Kopie meines Bildes bearbeiten möchte, kann ich über sogenannte Kontrollpunkte an gezielten Stellen im Bild Veränderungen vornehmen. Hier haben wir jetzt unser Bild und rechts das Menü, über das ich dann Veränderungen anwenden kann. Zum Beispiel im Bereich der Helligkeit, Kontrast, Sättigung und auch in den entsprechenden Farbkanälen. Das Wichtige ist, ich brauche diese Kontrollpunkte und die setze ich auf mein Bild. Und diese Kontrollpunkte sind im Prinzip Kreise, wie ein Radialfilter, aber das Modul hier in der Nikfilter Collection, Viveza, schaut, was für eine Struktur ich habe und welche Farben ich habe und erkennt quasi automatisch, wie die Maskierung sein muss, also welcher Bereich wirklich gemeint und betroffen ist. Probieren wir das mal aus. Ich möchte den Hintergrund abdunkeln, damit Pavel und das Auto deutlicher hervorgehoben werden. Also nehme ich einen solchen Kontrollpunkt und setze ihn ins Bild hinein. Hier über diese Regler kann ich dann die entsprechenden Parameter setzen und auch den Radius entsprechend festlegen. Und den Radius wähle ich so, dass er nicht zu viel vom Auto mitnimmt, sodass Viveza erkennen kann, ich meine den Hintergrund. Und hier kann ich zum Beispiel jetzt die Helligkeit runterfahren. Jetzt mache ich es heller und hierüber mache ich es dunkler. Und was man sieht, das Auto wird nicht im gleichen Maße abgedunkelt wie der Hintergrund. Das heißt, das Werkzeug schaut schon, was ich gemeint haben könnte. Und das ist das Gute. Und je mehr Kontrollpunkte ich setze, desto intelligenter wird auch meine Auswahl. Also, nächster Kontrollpunkt. Helligkeit runterfahren. Jetzt sieht man schon, dass ich viel mehr Bereiche, auch hier links, schon automatisch damit auswähle und anpasse. Also, nächster Kontrollpunkt. Wieder die Helligkeit runterfahren. Zack. Dann auf der linken Seite nochmal. Radius vielleicht ein bisschen kleiner machen. Helligkeit runter. So. Ganz links nochmal einer. Helligkeit runter. Und so können wir es lassen. Jetzt haben wir mit ein paar Klicks schon, ohne jetzt wirklich aktiv zu maskieren, eine Veränderung hervorgerufen. Dann mache ich das Gleiche noch einmal unten am Boden. Auch hier wieder kleinen Kreis. Und abdunkeln. Ungefähr so. Das Gleiche jetzt noch zwei, drei Mal. Auch nochmal abdunkeln. Und vielleicht einen letzten hier links. So. Dann werden wir danach Pavel noch ein kleines bisschen aufhellen. Weil der hat jetzt doch ein bisschen Dunkelheit abbekommen. Also einen weiteren Kontrollpunkt nehmen. Mittig auf Pavel draufsetzen. Und hier die Helligkeit wieder nach oben ziehen. Auch nochmal beim Gesicht. Schön auf die Backe. Weil dann erkennt das Werkzeug, dass ich die Haut meine oder in den Kopf. Den Radius vielleicht ein bisschen kleiner setzen als vorher. So hell möchte ich es dann doch nicht haben. Ungefähr so. Und ich möchte hier auch zum Beispiel ein bisschen mehr Wärme reingeben. Weil die Sonne kam von links oben. Das sieht man hier auch in der Spiegelung auf der Karosserie. Also Wärme. Bisschen weiter nach rechts. Und schon ist wieder Sonnenschein auf dem Gesicht. Und so habe ich jetzt schon mal eine gravierende Veränderung zum Original hervorgerufen. Um diese zu übernehmen, klicke ich auf Speichern und lande dann wieder in Lightroom. Und wir können dann zum nächsten Modul rüber wechseln und verbleibende Farbkorrekturen vornehmen. Was man jetzt hier sieht. Original ist hier. Leicht verwaschen. Ganz nett. Und hier habe ich schon die Abendatmosphäre etwas besser eingefangen als vorher. Aber wie gesagt, von den Farben, da geht noch was. Und genau das werden wir jetzt tun und wechseln hierfür in ein zweites Modul. Und das nennt sich Color Effects Pro. Das ist eines der größten und dicksten Module in der Nik Filter Collection. Also auch hier wieder rechte Maustaste bearbeiten in Color Effects Pro. Auch hier wieder als Kopie meines Originals. Beziehungsweise der Kopie, die ich gerade bearbeitet habe. Die Oberfläche sieht hier ein kleines bisschen anders aus. Funktioniert aber ganz genauso. Ich kann hier aus einer Unzahl an verschiedenen Filtern auswählen und rechts über die Detailparameter des jeweiligen Filters Anpassung vornehmen und auch Kontrollpunkte hinzufügen. Das erste, was ich jetzt hier machen möchte, ist, und das mache ich bei fast allen Bildern, wenn ich die Nik Filter Collection mal benutze, das wäre eine Harmonisierung oder eine etwas bessere Aussteuerung der Licht- und Schattenakzente im Bild. Der Filter hierfür nennt sich, gehen wir mal ein bisschen weiter runter, Pro Contrast. Wenn ich jetzt hier auf dieses Symbol klicke, bekomme ich die verschiedenen Varianten, die die Nik Filter Collection im Bauch hat. Gehen wir mal kurz durch. Neutral. Automatische Optimierung. Das sieht ganz nett aus. Aber wie gesagt, ich möchte die Aufhellung im Hintergrund nicht haben. Und das andere, was dynamischer ist, und das steckt auch schon im Namen mit drin, dynamischer Kontrast. Genau das nehme ich hier. Aber nicht über das gesamte Bild, sondern nur über den Bereich, wo Pavel sitzt. Das heißt, und ich kann hier auch nochmal zum Beispiel Schatten entsprechend anpassen oder auch die Spitzlichter, lasse ich so. Ich sage aber, ich nehme einen Kontrollpunkt und über das globale Bild oder das ganze Bild gesehen ist die Deckkraft 0. Das heißt, jetzt habe ich noch gar nichts gemacht. Setze dann aber einen Kontrollpunkt mit Plus. Das heißt, dort möchte ich einen Effekt haben. Mit Minus würde ich einen Effekt wegnehmen, der im Bild bereits vorhanden ist. Also über das Plus setze ich jetzt einen neuen Kontrollpunkt, und zwar diesmal auf Pavel. Radius entsprechend anpassen. Ungefähr so. Ein bisschen nach links verschieben. Jetzt ist Pavel wieder hell, weil die Sonne so ein bisschen auf ihn drauf scheint. Und der Rest bleibt dunkel. Das ist extrem wichtig. Damit lasse ich den Effekt so, wie er ist. Bin zufrieden und speichere diesen Effekt ab. Abspeichern können wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Wenn ich jetzt hier Speichern sage, dann bleibt die Rezeptur in Color Effects Pro drin. Und ich kann das auf andere Bilder hin anwenden. Möchte ich einen weiteren Filter hinzufügen, dann klicke ich hier drauf. Damit bleiben meine Änderungen erhalten. Und ich kann zur Filterbibliothek zurückgehen. Und jetzt den nächsten Filter anwenden. Und so kann ich mir Stück für Stück quasi meine Rezeptur zusammenstellen, wenn ich sie denn später mal für andere Bilder weiterverwenden möchte. Und diese Rezepturen bekomme ich dann hier unten unter Zusammenstellungen aufgelistet. So, jetzt haben wir die Abendatmosphäre schon fast da, wo wir sie haben wollen. Aber ich möchte diese warmen Farbakzente, die warmen Lichter im Bild intensivieren. Der Filter hierfür wäre zum Beispiel, und da gehen wir ein bisschen weiter runter, das wäre Skylight Filter. Schauen wir uns die Varianten an, die Skylight im Bauch hat. Also, subtil, kleines bisschen, ein bisschen fetter und jetzt extrem. Das ist natürlich deutlich zu viel. Und so würde die Sonne auch in der Realität nicht aussehen. Ich gehe vielleicht auf Mittel und reduziere die Stärke auf der rechten Seite ein klein wenig. Das heißt, die Blautöne sind nach wie vor da. Aber ich habe so ein kleines bisschen Sonnenlicht auf den relevanten Stellen. Also insbesondere da, wo Pavel sitzt und dort, wo der Scheinwerfer ist und auch die Spiegelung in der Karosserie. Wenn mir das jetzt noch nicht reicht, sage ich erst mal hinzufügen. Und ich kann jetzt die Farbtemperatur so ein bisschen in Richtung Sonnenuntergang, ein bisschen lila, ein bisschen magenta schieben. Und das kann man über einen weiteren Filter, den man oft anwenden kann. Das Ganze nennt sich Bicolor Filter. Auch hier schauen wir uns die Varianten an. Bei Strandaufnahmen zum Beispiel. Das funktioniert sehr gut. Oben kalt, unten warm. Oben blauer Himmel, unten warmer Strand. Hier sehr gut. Bei dem Bild einigermaßen unpassend. Grün-braun oder Moss funktioniert zum Beispiel sehr gut. Bei Aquarienbildern oder auch bei nächtlichen Skylines, die man darüber ein bisschen aufhellen möchte. Und auch um diesen hohen Gelbanteil von der Beleuchtung in der Stadt, wenn man das rausnehmen möchte. Ich möchte aber die Abendstimmung intensivieren. Und das machen wir bei Violett und Rosa. Natürlich ist das hier zu heftig. Also werde ich auch hier auf der rechten Seite die Kontrollpunkt-Sektion aufmachen und die Deckkraft reduzieren. Nehmen wir mal vielleicht 43%. So ist es doch ganz nett. Das heißt, der rote Bereich geht ein kleines bisschen ins Violett. Und ich habe eine abendliche Stimmung geschaffen. Auch das fügen wir hinzu. Und im letzten Schritt setzen wir noch eine kleine Vignette drauf. Die finden wir ganz unten. Es gibt mehrere Vignettenmöglichkeiten. Bei Porträts zum Beispiel kann man die äußeren Bereiche auch ein bisschen weich zeichnen. Werde ich jetzt hier nicht zeigen. Ich kann auch eine farbige Vignette hinzufügen. Möchte ich auch nicht. Was ich oft benutze, ist Vignette Lens. Schauen wir uns hier die möglichen Varianten an. Einmal Abdunklung in den Randbereichen. Dann eine rechteckige Vignette. Oder wenn ich es nicht mittig haben möchte, je nach Motiv kann das einen sehr spannenden Effekt erzielen. Dann die außermittige Vignette. Aufhellen mache ich in den seltenen Fällen. Gefällt mir normalerweise nicht. Hier werde ich die rechteckige Vignette nehmen. Und rechts dann den Betrag oder die Stärke ungefähr auf 10% schieben. Ungefähr so. Oder nehmen wir 9. Und ich kann ja auch hier zwischen Kreis und Rechte quälen. Auch mit den entsprechenden Abstufungen. Und auch die Größe bzw. den Übergang. Entsprechend wählen. Aber so wie es jetzt ist, gefällt mir das sehr gut. Ich habe die Fokussierung auf die Mitte. Da wo Pavel sitzt, habe ich hier die schöne Abendstimmung bei den Lichtern. Der Hintergrund ist abgedunkelt. Das heißt voller Fokus auf den vorderen Bereich im Bild. Das Ganze speichere ich und lande damit bei meiner finalen Version in Lightroom. Könnte hier noch weitere Anpassungen vornehmen. Aber wie gesagt, so wie es ist, finde ich es jetzt absolut in Ordnung. Kurzer Vergleich zum Original. Original. Finale Version. Und das lässt sich doch ganz gut anschauen. Nachdem wir uns beim ersten Beispiel ein wenig Zeit gelassen haben, um die einzelnen Schritte zu erklären, werden wir jetzt bei diesem Beispiel ein wenig schneller vorgehen. Auch hier kleine grundlegende Bearbeitung in Lightroom. Aber dieses Bild habe ich deswegen ausgewählt, um einen anderen Filter in Color Effects Pro zu zeigen, der ein bisschen aggressiver an die Materie ran geht. Und der sich insbesondere bei Architekturaufnahmen, teilweise auch bei Landschaftsaufnahmen, ganz gut eignet. Also auch hier wieder rechte Maustaste bearbeiten in Color Effects Pro. Und hier wieder mit einer Kopie arbeiten, die wir jetzt erschaffen mit der NIC Filter Collection. Und der Filter, der jetzt hier zum Einsatz kommt, nennt sich Bleach Bypass. Dieser Filter tut zweierlei Dinge. Zum einen leicht entsättigen und zum anderen den Kontrast erhöhen. Warum dieser Filter? Der Himmel hat eine gewisse Dynamik. Ich habe sehr schöne Farbkontraste, auch im Himmel, im Vergleich zum Vordergrund mit dem Gelb hier. Und ich habe diesen leichten Rost, die abgeblätterte Farbe, hier diesen Dreck. Das heißt, ich möchte so ein bisschen Grunge-Look haben. Und dieser Filter passt hier sehr gut. Also Bleach Bypass finden wir hier oben. Schauen wir uns ein paar Varianten an. Das wäre im Prinzip so eine Standardeinstellung. Hier mit einem etwas stärkeren Kontrast. Noch stärker. Ist mir dann aber auch viel zu dunkel. Mit mehr Details. Aber auch hier Achtung, wenn ich es mit 100% Intensität fahre, dann bekomme ich hier wirklich starkes Rauschen im Himmel. Wo ich mir danach überlegen müsste, wie ich das wieder entfernen kann. Und das hier wäre eine hellere Variante. Aber auch hier sieht man Rauschen und Halos. Und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich entscheide mich für die etwas dunklere Variante, die mit dem starken Kontrast. Vergleichen wir nochmal hier. Gefällt mir nicht. Ich nehme den starken Kontrast. Hier habe ich auch diese schönen intensiven Farben. Und schaue mir rechts an, was wir bei den Details anpassen können. Ich nehme jetzt hier die Helligkeit ein wenig nach oben. Die Sättigung lasse ich so, wie sie ist. Bei den Schatten kann man zum Beispiel gucken, ob er da noch ein bisschen aufhält. So ist es eigentlich ganz gut. So geht noch ein Teil der Halos weg. Spitzlichter lasse ich so, wie sie sind. Und das kriegt jetzt so diese leichte futuristische Optik, die ich ganz gerne mag. Und durch diese Schräge im Bild wird das Ganze ein wenig unterstützt. Entstanden ist die Aufnahme in Chloride. Das ist auch in den USA in der Nähe vom Hoover Dam. So können wir die Aufnahme als solche lassen. Aber was ich noch ganz gerne machen würde, ich habe hier zwar noch die leichten Halos, ist für mich aber noch dieser künstlerische Effekt im Bild. Und was ich aber noch machen möchte, ist dieses Grisseln im Himmel zu entfernen. Klar kann ich jetzt in Lightroom auch noch einmal entrauschen. Aber ich werde jetzt hier ein weiteres Modul zeigen, was mit der Nik Collection mitkommt. Was auch so eine kleine intelligente Logik im Bauch hat, um zu gucken, was entrauscht werden soll und was nicht. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal speichern, zu Lightroom zurückgehen und dort ein weiteres Modul aufrufen, über das man Rauschen entfernen kann. Also rechte Maustaste, Bearbeiten in und das Modul zum Entrauschen nennt sich Define. Und hier arbeiten wir auch wiederum mit einer Kopie. Gibt es, wenn man jetzt zum Beispiel in Photoshop reinschaut, dort gibt es auch noch ein paar grundlegende Parameter zu Define, wo man zum Beispiel sagen kann, man möchte prinzipiell den Himmel entrauschen oder feine Strukturen. Hier haben wir jetzt ein automatisches Profil angewendet zum Entrauschen. Man könnte alternativ hier auch sagen, gut, manueller Modus zieht ein Kästchen über einen Teil des Himmels und Define schaut dann, okay, der Himmel ist gemeint und passt das dementsprechend an. Aber hier nachher, vorher, habe ich schon ein deutlich besseres Ergebnis, was wir auch genau so lassen können, wie es jetzt auf dem Bildschirm ausschaut. Und unsere Aufnahme wäre damit fertig. Ich kann das getrost ausdrucken. Es ist von der Schärfe her mit dem, was wir in Camera Raw gemacht haben, absolut in Ordnung. Ich habe schön Werteis, ich habe diesen Grunge-Look und einen Himmel, der eben nicht diese vielen Störfaktoren, das Rauschen aufweist. Und damit sind wir mit zwei, drei Mausklicks mit der Nik Filter Collection auch hier fertig. Nächstes Beispiel. In diesem Fall wollen wir eine Schwarz-Weiß-Aufnahme erzeugen. Nicht alle Aufnahmen eignen sich für Schwarz-Weiß. Ich weiß, das ist eine Wissenschaft für sich und da gehen die Geschmäcker sehr weit auseinander. Ich persönlich bevorzuge Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die wenig Strukturen aufweisen oder wo ganz klar ein Hauptmotiv im Bild hervorsticht. Es gibt viele Schwarz-Aufnahmen draußen, wo man im Prinzip meinetwegen Architektur mit ganz vielen Strukturen, Linien und so weiter hat. Das wandelt man dann eins zu eins in Schwarz-Weiß um und das sieht dann aus, wie wenn man einmal Spaghetti auf den Teller kippt. Ein einziger Strukturbrei, völlig in meinen Augen unattraktiv. Das heißt Schwarz-Weiß eher dann, wenn man im Bild mehr Ruhe haben möchte, wo das Schwarz-Weiß die Aufnahme und die Komplexität in der Aufnahme reduziert und einen stärkeren Fokus auf das Hauptmotiv lenkt. Ich habe mir jetzt hierfür einen Löwen ausgesucht, den wir letztes Jahr im Tierfotografie-Workshop in Gelsenkirchen gemacht haben. Und hier habe ich in der Bearbeitung in Camera Raw die grünen Teile auch schon ein bisschen runtergefahren, damit wir einen schönen Kontrast haben zwischen dem Orange des Löwen und dem Grün im Hintergrund. Und von der Aufnahme her war ein schöner Moment, weil die Sonne im Prinzip genau den Löwen erwischt hat und nicht den Rest. Also werde ich diese Aufnahme jetzt in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme umwandeln. Das Modell oder beziehungsweise das Modul zur Umwandlung in Schwarz-Weiß nennt sich Silver Effects Pro und hat auch sehr viele Fans da draußen. Deswegen werden wir das jetzt hier auch einmal ausprobieren. Also rechte Maustaste bearbeiten in Silver Effects Pro. Wir arbeiten wieder mit einer Kopie. Und hier sieht die Navigation ähnlich aus wie bei Color Effects Pro. Links haben wir bestimmte Kategorien, die mir diese ganzen Filter in Rubriken einteilen. Ich kann jetzt hier durchscrollen und einen geeigneten Effekt mir aussuchen. Rechts kann ich grundsätzlich immer die Helligkeit noch ein klein wenig anpassen, den Kontrast und auch den Strukturanteil im Bild. Ich kann jetzt hier zum Beispiel ein kleines bisschen nach rechts gehen. Das wirkt sich insbesondere beim Gesicht des Löwens aus. Ich kann auch hier wieder mit Kontrollpunkten arbeiten, um bestimmte Sachen rauszunehmen. Wenn ich hier zum Beispiel Strukturen erhöht habe, kann ich die woanders wieder reduzieren. Ich kann auch zwischen Filmtypen wählen, also wer noch analog fotografiert hat. Je nachdem, welchen Film man in die Kamera eingelegt hat, wusste man vorher schon. Der eine Film hat einen gewissen Blaustich, der andere eine gewisse Körnung etc. Das heißt, hier kann man auch nochmal mit den Effekten spielen, die Körnung auch individuell anpassen und auch einen gewissen Farbstich ins Bild reinbekommen. Aber schauen wir uns erstmal an, welchen Effekt wir hier links bei den verschiedenen Filtern auswählen. Man kann es zum Beispiel eher in den hellen Bereich, aber wie gesagt, gefällt mir nicht, weil ich weiß nicht, wo fängt die Natur an und wo hört der Löwe auf. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Das ist wiederum zu hart, zu dunkel, aber geht schon in die richtige Richtung. Das hier ist so ein Mittelding. Ganz nett, aber auch wiederum keine sehr starke Akzentuierung. Das heißt, irgendetwas im dunklen Bereich werde ich wohl nehmen. Schauen wir mal weiter runter. Hier, das geht so ein bisschen in das Antike. Auch ganz nett. Oder auch hier vergilbt mit Rahmen, wer es mag. Hier mit einer hellen Vignette. Normalerweise nicht mein Ding. Ich mag eher dunkle Vignetten. Hier passt es einigermaßen. Was mich aber eher interessiert, ist das hier. Die Lochkamera ist eher ein abgefahrener Effekt. Aber das Schöne hier ist, ich habe eine wirklich schöne, intelligente Abdunklung des kompletten Hintergrundes. Ich möchte hier auf jeden Fall noch die Körnung anpassen. Ich mag keine wirklich starke Körnung im Bild. Und dann schauen wir uns mal die restlichen Parameter an. Gerade im Bereich der Schnauze ist es mir deutlich zu hell. Schauen wir mal bei den Schatten. Die Schatten ein kleines bisschen aufhellen. Das geht noch. Dann sehe ich, was vorher der Hintergrund war. Also ein kleines bisschen Natur hier links können wir stehen lassen. Und ich möchte auf jeden Fall noch einen Kontrollpunkt setzen. Und zwar auf die Schnauze. Und hier dann, schauen wir mal den Radius an. Ungefähr so. Helligkeit vielleicht ein kleines bisschen runter. Und die Struktur etwas erhöhen. Setzen wir den Punkt ein klein wenig nach rechts. Weil links habe ich ja einen etwas dunkleren Anteil im Gesicht. So können wir es ungefähr lassen. Dann vielleicht die Helligkeit noch ein kleines bisschen runter. Und hier ungefähr so. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich habe eine sehr schöne und sehr starke Akzentuierung. Die Sonne hat genau den Löwen erwischt. Und der Rest ist nur noch ganz schemenhaft angedeutet. Eigentlich ein sehr schöner Effekt. Dann können wir unten für dieses Schwarz-Weiß-Bild noch einen kleinen Farbstich mitgeben. Zum Beispiel leicht ins gelbliche hinein. Sepia zum Beispiel. Oder wer es lieber kalt mag, dann diesen Farbstich zum Beispiel. Also hier ist der eigene Fantasie kein Limit gesetzt. Ich werde jetzt aufgrund der Sonne hier zum Beispiel den Kaffee oder den Sepia-Ton nehmen. Oder gucken wir mal hier unten nochmal. Nehmen wir Sepia. Ich könnte jetzt hier noch eine zusätzliche Vignette auswählen. Einen Rahmen setzen. Wähle ich alles nicht. Ich möchte es schlicht haben. Und genauso wie wir es jetzt hier quasi mit drei, vier Klicks erzeugt haben. Also ein Blick in Silver Effects lohnt sich eigentlich immer. Aber wie gesagt, das Motiv muss passen, damit man nicht einfach einen Teller Spaghetti am Schluss auf dem Schirm hat. Speichern. Und dann schauen wir uns nochmal kurz den Vorher-Nachher-Effekt an. Wie gesagt, beide Bilder, wenn man sie richtig entwickelt, haben ihren Stellenwert und ihre Relevanz. Aber auch ein Schwarz-Weiß-Bild von der Bildwirkung her kann ganz anders aussehen und seinen eigenen Charme haben. Schwarz-Weiß, bunt. Und das kann man durchaus an die Wand hängen. Und wir sind soweit mit Silver Effects Pro fertig. Bei diesem Bild schauen wir uns wieder den kompletten Workflow an, also der Einsatz vieler verschiedener Filter, um zu einem krassen Vorher-Nachher-Vergleich zu kommen. Das hier ist wieder Hoover Dam bei Las Vegas in den USA, aufgenommen auf der letzten Fotoreise. Schöne Stimmung, früher Abend, Sonnenuntergang, eigentlich alles wunderbar. Problem ist nur, hier haben wir schönes, warmes Leuchten und hier unten wird es langsam kalt und nicht diesig, aber im Prinzip unattraktive Farbtemperatur. Und das müsste man durch Maskieren etc. anpassen, Tonwertkorrektur, Farbstimmung anpassen etc. Und kann man im Prinzip nach einer kleinen Kamera-Raw-Entwicklung bzw. Grundbearbeitung in Lightroom mit Color Effects Pro komplett sozusagen von A nach B bringen. Und genau das werden wir jetzt hier tun. Also, rechte Maustaste, bearbeiten in Color Effects Pro. So, wir arbeiten wieder mit einer Kopie. Und das, was ich jetzt mache, wäre so der typische Workflow für Landschaftsaufnahmen zum Beispiel oder Architektur. Geht theoretisch sogar auch für Portraitaufnahmen. Also, fangen wir mit dem offensichtlichsten an. Und das wäre wiederum die Anpassung der Lichtabstufungen im Bild. Und das machen wir über in diesem Fall Pro Contrast und wählen hier nicht die automatische Optimierung, weil das würde es hier wieder zu dunkel machen. Das will ich nicht. Ich wähle jetzt hier den dynamischen Kontrast wieder aus und werde jetzt hier zum Beispiel unter der Kontrollpunkt-Sektion dann die Deckkraft ein klein wenig reduzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Photoshop arbeiten würde, hätte ich sowieso eine Maske zu diesem Bild und würde dann über die Maske entsprechende Einstellungen vornehmen oder auch die Deckkraft der Ebene anpassen. Wenn wir jetzt hier in Lightroom arbeiten, kann ich das so nicht machen. Deswegen Deckkraft direkt in Color Effects Pro für den jeweiligen Filter anpassen. Und so ist das schon mal ganz nett. Also, hinzufügen und wir wenden uns dann dem nächsten Filter zu. Ich werde jetzt hier auch wiederum Skylight Filter nehmen, um diese hellen Akzente im Bild wärmer zu gestalten. Wähle jetzt in diesem Fall Mittel aus oder sagen wir mal, na schauen wir mal Subtil an. Gut, nehmen wir in diesem Fall Subtil. In diesem Fall mit einer etwas größeren Stärke als das, was Color Effects Pro voreingestellt hat. Und so kriege ich eine etwas wärmere Grundstimmung ins Bild und auch so Lichtakzente wie hier unten im Wasser werden intensiver dargestellt. Auch das fügen wir jetzt unserer Filterliste hinzu. Gehen hier nochmal raus. Und jetzt zeige ich noch einen Filter, den wir bisher nicht benutzt haben. Der gilt insbesondere für den Himmel. Schauen wir uns den mal an. Das wäre Polarisation. Ich zeige kurz den Vorher-Nachher-Vergleich. Subtil. Etwas stärker. Ganz stark. Bei ganz stark habe ich auch jeden Fall eine Abdunkle hier. Aber die Pixelstruktur wird ein bisschen kaputt gemacht. Und das Leuchten ist zu intensiv. Das heißt vom Prinzip her nett, aber ich werde jetzt den Effekt ungefähr bei, in diesem Fall Mittel, werde ich so eingestellt lassen. Stärke vielleicht noch ein kleines bisschen nach unten fahren. Aber das Grundprinzip, was Polarisation in diesem Fall bewirkt, sollte klar geworden sein. Damit habe ich nochmal wärmere Grundstimmung im Bild. hinzufügen. Und jetzt machen wir folgendes. Wir intensivieren die Details im Felsen. Weil der Felsen ist neben dem Licht das tragende Element im Bild. Und sollte etwas stärker deutlich werden im Bild. Das machen wir über einen weiteren Filter. Wir haben im ersten Bild, glaube ich, den Filter Dark Contrast benutzt. Wir werden jetzt so etwas Ähnliches benutzen. Der wird auch nach Schärfen mehr Details im Bild herausarbeiten. Und dieser Filter nennt sich Detail Extractor. Auch hier schauen wir uns entsprechende Varianten an. Das wäre jetzt normal. Und da sieht man schon fette Strukturen im Felsen. Schon fast eine 3D-Wirkung. Sehr intensiv. Aber wie gesagt, es geht noch mehr. Starke, große Details macht das auch ähnlich intensiv. Bringt aber in den Schattenbereichen mehr Tiefe. Und wirkt deshalb auch etwas realistischer. Flach mit Details ist dann schon fast malerisch. Gefällt mir, auch wenn ich es im Internet sehe, überhaupt nicht. Nicht jedes Motiv eignet sich dafür. Und es ist so wie gewollt nicht gekonnt. Also hier müsste man auf jeden Fall in der Stärke nach unten gehen. Also zum Beispiel hier. Aber wie gesagt, gefällt mir vom Effekt her als solches nicht. Ist mir zu flach. Und das hier mit den extremen Details. Also Achtung, hier geht auch die Pixelstruktur irgendwann flöten. Ist nicht mehr realistisch. Hier kann man dann auch die Sättigung und auch die Intensität runterfahren. Machen wir mal die Kontrollpunkt-Sektion auf. Und gehen von der Deckkraft ein klein wenig nach unten. Und das ist jetzt schon dramatisch anders als vorher. Die Pixelstruktur bleibt einigermaßen erhalten. Machen wir mal ungefähr so. Und im Himmel möchte ich diese Pixelung nicht haben. Wie kriegen wir das wieder raus? Wir haben schon öfters jetzt in diesem Video mit Kontrollpunkten gearbeitet. Also werden wir jetzt diesmal auch Kontrollpunkte nehmen. Aber nicht um einen Effekt zu verstärken oder hinzuzufügen. Sondern um ihn wegzunehmen. Das heißt, hier wählen wir diesmal ein Minus aus. Und setzen einen Kontrollpunkt in den Himmel. Achtung, zack. Und schon ist es wieder weich. Eigentlich eine super schnelle und feine Sache. Das heißt, ich setze einen weiteren Kontrollpunkt in die einzelnen Sektionen im Himmel. Und Color Effects Pro weiß dann irgendwann, okay, der Himmel ist gemeint. Und der Himmel wird dann auch wieder weich. Also quasi wie im Original dargestellt. Und das ist das, was ich meine. Effekte sollten fast nie global auf das ganze Bild angewendet werden. Sonst riecht jeder den Braten. Und das ist kein gewünschter Nebeneffekt. Das machen wir unten am Wasser auch. Sonst wirkt das Wasser wie Eis. Ungefähr so. Und jetzt können wir das so lassen. Das heißt, intensive Strukturen im Felsen. Starkes Leuchten im Hintergrund. Und jetzt passen wir nochmal die Farbstimmung als solche an. Weil das ist immer noch zu kalt. Oben haben wir eine schöne Wärme. Ich hätte es gerne homogen. Den Filter haben wir schon mal angewendet. Ich füge das jetzt erstmal zu unserer Filterliste hinzu. Gehe zur Filterbibliothek zurück. Und wir wählen wiederum Bicolor Filter aus. Und in diesem Fall auch noch einmal Violett und Rosa. Und das sieht doch jetzt richtig schön intensiv und trotzdem harmonisch aus. Ich würde die Deckkraft auch genauso lassen, wie das jetzt von Color Effects Pro auch so vorgeschlagen ist. Ohne weitere Anpassungen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde. Und ich füge das jetzt noch schnell hinzu. Gehen wir nochmal raus. Ich füge eine Vignette hinzu. Ganz leicht. Also auch wieder Vignette, Lens. In diesem Fall auch wiederum eine rechteckige Vignette. Leichte Stärke. Ungefähr so. Und die Größe reduzieren wir auch ein bisschen. Dass es wirklich nur am Rand ist und die Sogwirkung in die Bildmitte etwas stärker ausgeprägt ist. Und so können wir das Bild lassen. Es ist im Prinzip durch diesen Detail Extractor knackscharf. Ich habe schöne Reflektionen hier auf dem Wasser. Ich habe schönes Leuchten im Himmel und eine harmonische Grundstimmung. Also speichern. Und wir schauen uns den Vorher-Nachher-Vergleich an. Der in diesem Fall ziemlich krass ausfällt. Und auch zeigt, wie schnell man eigentlich zu einem sehr schönen und nicht sofort als ich habe nur eine Filter angewendet, auffällt. Also. Vorher. Nachher. Wie gesagt. Krass. Und mir gefällt das sehr gut. Und jetzt wenden wir uns dem letzten Beispiel zu. Und wechseln auch dafür dann in Photoshop. Letztes Beispiel. Wir schauen uns jetzt an, wie wir aus einer Aufnahme einen schönen HDR-Look erzeugen können. Grundsätzlich, sowohl in Photoshop, Camera Raw als auch Lightroom, kann man mittlerweile sehr ansprechende HDR-Aufnahmen erzeugen. Entweder aus einem Bild oder aus einer Belichtungsreihe. Haben wir in mehreren Tutorials und auch auf der letzten DVD eingängig gezeigt. Aber so etwas kann man auch mit der Nik Filter Collection machen. Auch wieder mit den zwei Varianten. Zusammenführen einer Bildreihe und Tone Mapping von einem Einzelbild. Und dieses Einzelbild anpassen, genau das werde ich jetzt hier zeigen. Das Schöne ist, gut, es ist Geschmackssache, wie weit man beim HDR-Effekt und bei dem Look geht. Von künstlich bis künstlerisch oder natürlich. Aber man hat auch hier Zugriff auf ganz viele verschiedene voreingestellte Varianten. Wählt dann einer aus und passt sie dann geringfügig auf die eigenen Bedürfnisse hin an. Der Look & Feel von der Nik Filter Collection in Photoshop sieht ein klein wenig anders aus. Die Filter findet man natürlich unter dem entsprechenden Menüeintrag. Filter und dann sieht man hier Nik Collection und die einzelnen Einträge. Und auf der rechten Seite sieht man hier ein kleines Fenster, so ein Panel. Das ist ganz praktisch. Das liegt sozusagen über der Benutzeroberfläche und kann jederzeit dann aufgerufen werden. Genau das werde ich jetzt hier tun. Um ein Einzelbild mit einem HDR-Look zu versehen, wählen wir jetzt hier Tone Mapping aus. Der Grund, warum ich dieses Bild hier ausgewählt habe, weil wie gesagt nicht jedes Bild eignet sich dazu, ich habe hier schöne Helligkeitsabstufungen im Himmel. Und ich verspreche mir von diesem HDR-Look, dass der Himmel noch dramatischer dargestellt wird, viel Struktur im Felsen hochkommt und ich auch hier so eine kleine Sogwirkung auf der Straße bekomme. Das heißt, ich habe sehr starke und krispe Strukturen im Bild und die sollen intensiviert werden. Klar muss ich jetzt hier beim Bildschnitt noch ein bisschen was machen. Die Person links stört und sollte auch im finalen Bild nicht da sein. Ich gehe jetzt kurz auf das Zuschnittwerkzeug, sage originale Proportionen und schneide das jetzt ein klein wenig zurecht. Ungefähr so. Und so habe ich auch, wenn ich das jetzt ein bisschen nach unten verschiebe, auch mit diesem orangenen Streifen einen schönen Eckenläufer erzielt. Und genau dieses Bild werden wir jetzt an die Nik Filter Collection übergeben. Und das Werkzeug für HDR nennt sich HDR Effects Pro. Ich klicke auf Tone Mapping und da sind wir schon. Mein Bild bereits mit dem ersten Filter versehen, der diese HDR-Optik hat. Ich persönlich bin kein Fan von diesen flachen, überstrukturierten Bildern. Aber wenn man jetzt hier durchscrollt oder hier oben eine von den Kategorien aufruft, die diese Filter hier unten dann zusammenstellt, dann findet man früher oder später schon etwas, was in die Richtung geht, die man eigentlich haben möchte. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Also das hier gefällt mir gar nicht. Dann haben wir diese Variante schon ein bisschen besser. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich Drama im Himmel, Drama auf dem Felsen und Drama auf der Straße. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Das hier ist mir schon ein kleines bisschen wieder zu matt. Und unten wird es dann wieder extrem. Hier zum Beispiel sehr dunkel. Hier wieder schon fast monochrom. Und das geht schon wieder ins Gemäldeartige. Wie gesagt, nicht mein Fall. Aber wie gesagt, das Schöne ist, es ist für jeden Geschmack normalerweise etwas dabei. Und ich entscheide mich jetzt hier für Tiefe 1. Kann rechts auch entsprechend noch die Parameter so ein kleines bisschen anpassen, ein bisschen realistischer machen oder ein bisschen extremer. In diesem Fall nehme ich jetzt diesen Wert mit 29%. Kann bei der Farbe noch ein bisschen hinzufügen oder nicht. Kann die Sättigung ein kleines bisschen zurückfahren. Das ist auch in Ordnung. Und kann auch hier wiederum mit Kontrollpunkten arbeiten. Aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir sehr gut. Und ich bestätige mit OK und gehe damit wieder zu Photoshop zurück. Und kann hier zum Beispiel mit dem gezielten Einsatz von weiteren Tonwertkorrekturanpassungen oder mit Color Lookups arbeiten, um dem Ganzen noch eine kleine Note mitzugeben. Zum Beispiel, gut, der Klassiker jetzt hier. Crisp Warm. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Drama. Würde die Deckkraft hier natürlich ein kleines bisschen verringern. Aber wie man jetzt hier sieht, absolute Sogwirkung im Bild und ansprechende Details. Und so wie es jetzt ist, würde ich es auch lassen. Und wir haben auch hier wiederum mit ein paar Mausklicks eigentlich eine sehr schöne HDR-Aufnahme geschaffen. Also zusammenfassend, ganz wichtig, wählt nicht nur einen Filter mit 100% Deckkraft. Spielt mit verschiedenen Filtern. Probiert auch einige Sachen aus. Schaut euch die verschiedenen Beispiele an. Nehmt das Beispiel, was eurem Wunsch am nächsten kommt. Und dann fangt dann zu kombinieren. Wenn ihr in Photoshop seid, auch hier mit den Masken arbeiten. Man muss nicht jedes Mal mit den Kontrollpunkten arbeiten. Stattdessen, wenn man mit Photoshop gewohnt ist zu arbeiten, geht es mit der Maskierung und dem Malen auf der Maske deutlich schneller. Und wendet auch Effekte, die Photoshop hat, nochmal zusätzlich auf die Bilder an. Und damit bekommt ihr eine Gewürzmischung, die zwar gut riecht, gut schmeckt, aber für Außenstehende nicht analysierbar ist. Es ist dann euer Stil, euer Bild. Und es sieht dann eben nicht aus wie eine 1 zu 1 Filterkopie aus der Nik Filter Collection. So, jetzt habt ihr gesehen, mit Nikfiltern kann man richtig tolle Sachen machen. Und zwar nicht schwer. Nein, absolut nicht schwer. Das ist für jeden machbar. Hauptsache, ihr seid kreativ. Toppt euch aus, probiert es aus. Ihr werdet sehen. Also das ist wirklich eine große und vor allem schnelle Hilfe. Und vergesst die individuelle Bearbeitung nicht. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ihr Nikfilter richtig mit voller Power drauflegt, man sieht es, das ist von der Stange und das wollen wir nicht. Ja, wenn ihr lernen wollt, schaut auch Kaplum Filter Collection an. Die gibt es für Photoshop und für Lightroom. Und da habe ich im Prinzip meine geheime Gewürzmischung beigetan. Das ist das, was Essen richtig toll macht. Nicht McDonalds oder sonst was. Oh, jetzt habe ich was Böses gesagt. Aber ist bei Sternenköchen so, die Gewürze sind mit entscheidend. Also die Gewürze sind entscheidend und deshalb habe ich meine Gewürze jetzt für euch in Form von Kaplum Filter Collection vorbereitet. Ja, ansonsten, wir haben noch Videos über Photoshop, über Lightroom, Reisefotografie, Composing. Wir haben Fotoreisen, wir haben Workshops. Was haben wir noch? Wir haben fast nichts ausgespart. Wirklich. Also wir haben so viel gemacht und machen weiter noch, weil uns das Spaß macht und weil wir das nicht anders können. Deshalb, ja, okay. Hast du noch was zu sagen? Nee, nicht mehr. Alles gesagt. Alles gesagt. Okay. Also, macht gute Bilder, seid brav, wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.